Na gut, Courtney. Nehme ich an. Warte mal. Jo, Mann. Das muss Spaß machen. Da hat sich das gelohnt, hierher zu kommen. So, Courtney. Kann ich jetzt mit ihr... Ja, das geht doch. Hi, Courtney. Wie geht's dir? Äh, was macht Max Caulfield bei einer Vortex-Club-Party? Es muss wirklich das Ende des Weltes sein. Entschuldigung? Aber wirklich, was willst du? Ich wollte nicht alleine heute Nacht nach dieser Woche sein, also ich dachte, es wäre schön, in der VIP-Suktion zu sitzen. Ja, es ist sehr schön. Wenn du in der Vortex-Club bist, welcher du nicht bist, und wirst du nie sein. So, entschuldige mich. Was nähern wir daraus, Kinder? Great Plan, Max. Time to find another way into the VIP-Suktion. Was nähern wir daraus? Sei manipulativ und finde immer einen Weg, zu den Coolen zu gehören, sonst hast du am Ende nur Probleme. Ah, tolle Triktion. Großartig. Okay, was haben wir denn? Ja, du machst das. Äh, Ansehen, Sprechen... Sir, bist du mental? Du kannst nicht rein kommen. Nein! Na gut, dann eben nicht. Oh, nett, die Framerate geht in den Keller. Ups. Hält mir gerade auch. Ansehen... Bug... Sprechen... Ich dachte, die kann mir nicht helfen. Oder? Nein! Da ist Luke, der interessiert mich nicht. Lisa kann mir sowieso nicht helfen. Dann doch da drin. Ja, ich bin wieder da. Ich höre da gar nichts los. Nichts. Ich bin so nicht interessiert von dieser VIP-Kram. Von der anderen Seite vielleicht. Ach, Pui, probieren wir das mal. Von der anderen Seite reinzugehen. Wir müssen da nur irgendwie dieses komische Ding aus dem Weg rollen. Diesen... Diesen... Diesen komischen Aufroller von der Absperrung oder was auch immer das ist. Sollte nicht allzu schwer werden. Aufroller. Aufroller. Woah, woah, what the fuck is going on? Okay, okay, woah, woah, woah. Who stopped the music, okay? PJ, what the fuck? Es ist ruhig, es ist ruhig. Ja, es ist in Ordnung. Ich spule wieder zurück, damit sich das Ding wieder bewegt. Ich wollte nur mal zur Seite gehen. Okay. Aha, was haben wir denn hier? Extra dahinter gegangen, oder wie? Ist das hier? Vielen Dank für deinen Besuch, Max. Endlich Ruhe. Du hast mein Herz leichter gemacht. Kate, ich war so glücklich, wieder dein Lächeln zu sehen. Du bedeutest mir so viel, genau wie viele anderen, wie vielen anderen hier. Also... Ich muss los, aber ich wollte dir noch viel Spaß im Kino mit Warren wünschen. Äh... Ja, mal gucken, ob da noch was draus wird. Und er ist zu lieb und hat mir Schulbücher gebracht, die ich brauchte. Du kriegst ihn von mir. Mach ich. Ruf mich an, wann immer du magst. Okay. Nathan ist der Vortex Club. Also, sein Mann muss heute hier sein. Aber Nathan trägt keine Mütze, also nein. Ah, hinsetzen. Hab ich schon verbisst. Die ganze Episode über. Kate ist fast tot. Rachel tot. In der Vortex Club. Schau an diese entzündete Scheiße. Sie geben keine Scheiße über niemanden. Wenn dieser Tornado kam, jetzt. Ich würde einfach sitzen hier und gucken. Aber ich muss sicher, dass Chloe nicht auf ihrer eigenen Rampage geht. Ich liebe mich, das so fühle ich mich. Schmerz und schmerz. Ich muss ganz ehrlich sein. Die Sprecherin von Max wirkt manchmal etwas emotionslos. Also, muss ich mal ganz kurz anmerken. Ich finde die jetzt nicht besonders düster. Und ja gut, düster kriegt sie gut hin. Aber wütend? Ne, ich sehe immer noch diese kleine schüchterne Max vor mir, wenn ich die höre. Vielleicht liegt das einfach daran, dass wir sie so kennengelernt haben. Wer liegt da denn? So, so, so. Nathans nächstes Opfer? Ne, er wollte ja Victoria. Hm. Gut. Ich glaube, ich muss mich immer wieder dem Lärm und der blöden Musik stellen. Es hilft ja nicht. Wir können hier ja nicht sitzen und weiter sinnieren. Also, ich könnte sinnieren über den Tod von Rachel und Kates Peinalltod. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war vom Tod von Rachel nicht besonders überrascht. Ich habe ja am Anfang der Aufnahmesession, das heißt, vor ungefähr drei Stunden. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das her ist, aber vor drei Stunden. Alter, drei Stunden, die Episode geht länger als alle anderen, als Episode 1 und 2 zusammen bisher. Also, als wir am Campus waren wieder. Und bevor wir mit Samuel und Miss Grant gesprochen haben, habe ich ja schon gesagt, ich erwarte nicht, dass wir Rachel lebend finden werden. Und ja, also deswegen bin ich auch nicht sonderlich schockiert. Ich bin ein bisschen schockiert, wie wir sie gefunden haben. Also, dass die einfach so rumliegt in der Mülltüte. Und dass die Episode danach noch weitergeht, hat mich echt unglaublich überrascht, muss ich sagen. Ich wollte mich schon bereit machen, in die Credits zu gehen und da mir in den Kopf zu fassen und zu sagen, alter, was zur Hölle und so. Aber das Spiel lässt mir keine Zeit. Das Spiel lässt mir keine Zeit. So wie ich hier jetzt eigentlich auch keine Zeit habe, es weiter zu sinnieren, weil ich spiele ja schon seit drei Stunden. Also, klar, Zeit steht auf Macs Seite, aber leider nicht auf meiner. Ich könnte hier weiter sitzen und sinnieren, aber wir haben Arbeit zu tun. Aufstehen. Ich will nur Musik hören. Oh Gott, die Musik wird immer schlimmer. Ich bin echt kein Fan davon. Ich bin überrascht, dass er nicht Fame heißt. WTF? Ich liebe es, dass Trevor nicht egal ist, wie er in der VIP-Sektion geht. Ich bin froh, dass Daniel mit Trevor ging. Ich habe keine mehr Bälle. Das ist lustig. Das wird lustig. Mmmh. Trevor, ich weiß nicht, wie wir kommen. Ja, Sean Prescott, Vortex, Klub, ach scheiß drauf. What do you know about his dad, Sean Prescott? Uh, rich. And rich. And a dickhead, according to Jason. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. I know, Victoria is next on Nathan's Hitlist. Should I warn her? Ach, there is she. Die blöde Gou. Victoria, your picture is so has to win. Yeah, that would be wicked. Uh, did you hear something? I'm trying not to. Oh, I get it. Real fucking nice. Here's the Queen Bee. Und Logan. No, Logan. You're not getting any action tonight. Or even a dance. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry. I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. You still pissed about me taking your picture? Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. Beschuldigen, nicht beschuldigen, Nathan. Ach, weißt du was. I blame Nathan for those. 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 But nobody at that party even cares. She was so wasted. It's a fucking party. Everybody is wasted. What do you want from me? Some humanity, Victoria. Well, you got Nathan busted out of Blackwell, so you should be happy. And I'm the only person here who cares what Nathan is going through. This is bigger than a problem, child. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an arts school. I'm only here to become a photographer and get famous. Ah, toll. Großartig. Du bist scheiße. Jefferson, du hast Talent. Hat sie Talent? Nö, nicht wirklich. Ist das, was du versucht, Mr. Jefferson, letzte Nacht zu erzählen? Du sahst mich mit ihm zu sprechen? Ich sah. Und hörte. Wir sprachen nur darüber, wie er auf den All-Day-Heroes-Kontest ist. Das bedeutet nicht, dass ich gewinnen werde oder was. Ich hoffe, du gewinnen. Wir sehen uns. Und Max? Ich weiß, dass du mich auch nicht magst, also es ist nicht so, dass wir Freunde sein müssen oder was. Ja, schön. Vielleicht, aber... Wer sagt, dass wir Freunde sein müssen? Wer die Entscheidung macht? Das wäre uns, Victoria. Well, Max Caulfield. Ich könnte immer wählen, dich in den Vortex Club zu lassen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber nicht wegen der Grund, die du denkst. Oh, du wirst so ernst. Ich bin sehr ernst. Die Dunkelkammer ... Was hab ich denn davon, wenn ich sie nicht warnen? Nur weil ich sie hasse oder sowas? Sie ist ne blöde Bitch, aber verdienst du deswegen ... Die scheiße, die Nathan mit ihr durch ... Nee. Und ich bin die Drama Queen? Kleiner? Hi, ich bin Max Caulfield und ich bin so sensitiv, dass Butterflies mich schreien. Willst du? Nein, ich werde nicht. Du bist nur Pissed, weil du nicht ein Bild in den Konzentren kamst. Und Herr Jefferson wird mich wählen. Ein realer Artikel würde sich zu gewinnen. Aber du willst nur deine kleine Retro-Selfie nehmen. Das ist so fucking lame und dumm, Max. Du gehst eine Community College. Victoria, bitte nicht das. Besonders nach dem, was mit Kate passiert ist. Kannst du ihn wirklich sehen? Das ist dein Problem, Max. Das ist eine Party. Und es ist das Ende der Welt. Also ich werde so verletzt werden, dass auch du mir nicht mehr interessieren. Ja, großartig. Ja, nein, eben nicht. Ich habe es probiert. Ich wollte noch mit Logan reden. Okay, ich habe versucht. Ja, aber ich habe es probiert. Mir kann noch kein... Man kann mir keinen... Ich will jetzt ernsthaft zurückspulen und sie beschuldigen. Ganz ehrlich. Ich mach das. Ich spule zurück und beschuldige sie. Das ist mir sowas von scheißegal. Komm, spule schnell zurück. Ich habe es probiert, sie zu warnen. Sie will nicht zuhören. Ist mir scheißegal. Aber ich beschuldige sie trotzdem, dass sie dran steht. Mit Nathan zusammen natürlich. Aber sie ist auch mit drin schuld. Aber vorher redet man mit Logan. Kann ich dich für einen Moment sprechen? Max! Okay. Ich spreche, nachdem du diese Brüche schickst. Oh, nein. Hast du Nathan gesehen? Ich kann sogar Victoria oder Taylor zu twerk. Und du willst mit Nathan? Warum? Betrifft Nathan? Betrifft dich nicht? Äh, fast versuchen wir mal. Business. Du solltest dann mit seinem Vater sprechen. Der Mann hat mehr Geld als Gott. Und er spendet es auf dem Vortex Club. Nicht die Loser, die da oben in den Schrauben. Logan, das ist ein Schwachkopf. In anderen Worten, du hast ihn nicht gesehen. Ask Victoria. Sie weiß immer, wo er ist. Warum? Ich lasse dich, dass du alle gesehen hast, Maddox. Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Du warst auf Dana. 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 Du bist stolz auf mich. Du bist stolz auf dich? Bro, du hast mir die Voll-Body-Tackle. Ich fühle mich schon wie ein Ass für Flakin' auf Dana. Wie kann ich jetzt sein? Du kannst nicht versuchen, alle Mädchen in fronten von dir. Der Rest ist deine Wahl. Use es gut, Bro. Oh. Und nicht immer wieder Daniel DaCosta anzusehen. Du wirst mich nicht erinnern. Entschuldigung. Verdammt. Das war viel mehr spannend als ein Tanz. Bis zum nächsten Mal, Max. Was für ein Weiche, Ari. So. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ja, das kennen wir schon. So, du hast den... Du hast Scheiße. Du hast nicht gesagt, dass du dich schockt, wenn Mr. Jefferson selects meine fantastische Fotos für den Heros-Heroes-Kontest. Ja, ich habe dich versucht, zu blackmailen Mr. Jefferson, weil du so großartig bist. Das war so schrecklich, Viktoria. Nein, Creeper. Wir waren über die Kontest. Du hast sogar nicht in eine Bildung, also du bist. Du hast nicht in eine Bildung, wie du so interessierst. Wie, Mr. Jefferson, der sich schockt über dich. Ich meine, hast du noch nie gesehen, dass du seinen Körper angst, wenn du versucht, zu kudle ihn? Söger Gesicht. Haha! By the way, niemand sagt, dass wir einen Freund haben, Max. Ja, schön. Gut. Ich habe echte Freunde. Ich will nicht einen falschen. Du hast versucht, zu sehen, wie alle schade und leid. Du hast eine Bildung von mir, verletzt mit paint. Ja, ich weiß. Du hast nur gedacht, dass die Pferde auf die Pferde zu fallen ist. Das war nicht Samuel, dumm. Und du hast mich verletzt, danach, also ich habe mich verletzt. Du hast das gemacht? Du B****! Du kannst mich mit dieser Pferde zu verletzen! Ich habe das Pferde zu verletzen, Samuel. Und das wäre schlecht. Du bist richtig, Viktoria. Du denkst, dass du besser als ich. Keine Art. Ich glaube, ich werde niemals ein Mitglied der Vortex Club. Nein, B****! Du nicht. Das ist irgendwie lustig gerade. Ach, das ist irgendwie lustig, aber ich wahnsinnig trotzdem. Ich weiß nicht, ob sich jetzt etwas ändert. Ich meine, ich habe sie voll angeschissen. Ich habe sie voll angeschissen. Ich werde immer daran angeschissen übelst. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Oh mein Gott. Und ich bin die Drama Queen? Touche. Aber ich bin nicht mit ihm geholfen. Sorry, aber nein. Nein, nein. Nathan ist, wie ein meiner besten Freunde. Ja, er hat ihn mit ihm geholfen. Aber das ist nicht sein. Das ist nicht sein. Das ist nicht so schlimm. 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 Das sind die Menschen. Das sind die Menschen. Das sind die Menschen. Ich weiß nicht, ob ich mich oder nicht. Du musst mir glauben. Ich glaube nicht, was du sagen. Du bist voll von Sch***. Oh, hi! Ich bin Max Caulfield. Und ich bin so sensitiv, dass Butterflies mich trinken. Jetzt, wirst du dich? Nein, ich will nicht. Du bist nur sch***, weil du keine Fotos in der Contest entdeckt hast und dass Herr Jefferson mich besitzen wird. Ich bin so schlimm. Aber du willst nur deine kleine Retro-Selfie nehmen. Das ist so sch*** und sch***, Max. Geht einfach eine Community-Kollektion. Oh, Victoria. Bitte nicht das. Es ist besonders nach dem, was mit Kate passiert. Kannst du ihn sehen? Das ist dein Problem. Ja, er ändert sich nichts. Er ändert sich nichts. Jetzt soll ich zurück schmugen und nochmal sagen, Nö, alles n... Nö, scheiß drauf, komm. Ich hab's versucht. Ich hab's zweimal versucht. Und es hat irgendwie Spaß gemacht, es ist eher richtig reinzubringen, was für eine scheiß Cousy ist. Chips und Crackers. Spare no expense, Vortex Club. Wow. Sechs Packungen Chips. Das ist voll teuer und so. Das ist, äh, wow. Also, die Vortex VIPs bekommen real Alkohol in der Unterage-Bar. Wieder. Ihr seid alle 18! Muss mal 21 in Amerika sein, in Oregon sein, um Alkohol zu trinken? Keine Ahnung. Ja. 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 So. saurstoffflasche, yeah. Is das gut oder schlecht? Ah boah, Vielleicht ist er in his dorm. Dann können wir bail. Nathan kann nicht mehr hide. So, du hast es. Oh, hey, Mr. Jefferson. Oh, ihr beide okay? Ihr seht ihr auf eine ... Mission. Oh, uh ... Ich war einfach ... für Nathan. Aha. Ich wusste, ihr war Pals mit ihm. Ich habe ihn nicht seit dieser Nacht. Er ist ziemlich entspannt. Ich denke, er ist noch ziemlich entspannt. Aber ... ... die whole Kate situation. Ja, das macht Sinn. Wir sprechen später, Max. Ich muss den gewinnen der Konzent. Ich wünschte, dass du in den Konzentrieren würdest. Du musst das Resumme und Portfolio bauen. Aber ich weiß, dass du. Danke. Ich hoffe, dass du. Okay, entschuldige mich. Ich bin fast auf. Geh jetzt aus hier, Max.